hey ho youtube was geht ab hier ist christopher aka toxic ja heute mit dem gewinnspiel also beziehungsweise nicht dem gewinnspiel sondern dies von meinen abonnenten was der sich gewünscht hat der mir per nachricht so geschrieben was er auch sollte dass er gerne ein haus hätte so wie das hier zum beispiel von dem eric aka ja und da brauche ich dann jetzt das mal also hier ich hoffe er ist mir nicht böse das oder ihr seid mir nicht böse aber die grundrisse habe ich jetzt mit dreck schon mal gezogen ja dreck warum weil man schnell weg schaffen kann ok dann fangen wir mal an übrigens vielleicht das nächste weil ich denke ich werde nicht alles jetzt hochladen nochmal habe ich gravel dabei ja weil ich glaube ich werde nicht alles davon jetzt hochladen wird sowieso über mehrere tage hochgeladen werde ich vielleicht mit einem kumpel zusammen machen den einige vielleicht sogar kennen ja ja hier also ich kann euch ja mal zeigen was so ungefähr hier reinkommen also hier soll ja und noch was sorry falls ich eine zeit lang nicht so viel rede ja ich bin das nicht so gewohnt in commentaries so lang zu reden oder so beziehungsweise so lang allein zu reden das hat man glaube ich an meinem let's play zu scheiße jetzt ist der name weg die binding auf isaac gemerkt also teilweise das fällt mir ziemlich schwer aber ich hoffe ihr könnt es verkraften wenn nicht dann ja guckt euch andere videos halt an ist mir auch egal ja dann wollte ich mal fragen also beziehungsweise ich will ja demnächst eine liste rausbauen bringen ähm hier was so alles in den nächsten ähm ja gewinnspielen oder so die kommen werden dann also wann welches gewinnspiel kommt so das kann ich ja schon mal sagen trotzdem wird eine liste dazu kommen ja sorry dass ich kurz das mute musste hier meine schwester war drin und die regt mich sonst immer voll auf ja ähm ja wo war ich stehen geblieben achso ich war dabei äh die nächsten gameplays äh die nächsten ähm gewinnspiele sollen dann abkommen bei wahrscheinlich 20 bei 50 wird auf jeden fall was kommen ähm dann noch bei äh bei 100 kommt ein real life video und bei 200 kommt dann halt beziehungsweise da hole ich mir eine hdp vor das hat aber ja die höhe ist okay so und irgendwie lag es die ganze zeit und kleinen moment mal und 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 Vielen Dank. Jo, da bin ich wieder. Ja, dann wollte ich noch sagen, ja, oder warum, wobei ich stehengeblieb. Achso, demnächst will ich das auch meine Welt hier, die ich gerade baue. Ach ja, hier übrigens steht jetzt ein Gewächshaus und so, das heißt so, aus langer Weile gebaut. Ja, demnächst soll dann auch hier ein, will ich das hier zu, ich glaube, wie heißt das, File-Sharing nochmal, Mega-Upload oder wenn Mega-Upload, ich weiß ja nicht, wie das jetzt verfahren ist mit diesem Streit und so, beziehungsweise mit dem Gerichtsverfahren, ob man da wieder was hochladen kann oder so. Wenn nicht zu irgendeinem anderen File-Sharing-Dienst, dann könnt ihr euch meine Welt und so runterladen, das wird dann aber alles neu in dem Video kommen. Dann will ich demnächst hier Livestream und so, das werde, ja, dazu muss ich dann aber vorher noch was erklären und so, wie das so alles dann ablaufen wird. Also, ja, oder erkläre ich das jetzt, naja, nee. Okay. Ich werde es so machen, ähm, wenn hier mein Holz verbraucht ist, ich baue übrigens sehr strukturiert, man sieht es, also, ähm, ja, wer, wer hier was anderes baut, der ist ein Kack-Noob, Kack-Buhn, so. Ähm. Ähm. Äh. 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 Scheiße. Achso, ich wollte sagen, ja, wenn das, oder habe ich das gerade gesagt, ist mir jetzt auch egal. Wenn das Holz hier halt verbraucht ist und so, dann werde ich hier die Aufnahme eh beenden und so. Ähm. Dann mache ich, dann werde ich wieder ein neues Holz sammeln und so. Und dann wird es an der Stelle weitergehen halt, ja, bis ich wieder hier halt Holz habe. Habe ja hier eine kleine Farm und so. Ja, das noch so gesagt, weil ich will die Videos auch nicht so ewig in die Länge ziehen. Denn hier, wenn ich ein Video hochlade, schon bei 200, ähm, äh. Also, denn schon bei 250 Megabyte dauert das hier schon, ähm, gute vier Stunden, das hochzuladen. Also, ich lade das zwar immer hoch, während ich in der Schule bin, aber trotzdem, ich will es hier nicht übertreiben, dass es ewig dauert, ey. Ja, wie gesagt. Ja, wie gesagt, ähm, Holz ist leer. Ja, ich bin damit mal raus, bis deiner Haut rein, euer Toxic.